Nach zwei harten Abstiegskämpfen in den vergangenen beiden Jahren erhofft man sich beim VfB Stuttgart nun mal eine etwas ruhigere Saison, in der man den Klassenerhalt ohne allzu große Abstiegssäugen packen kann. Mit welchen sieben Neuzugängen dies meiner Meinung nach gelingen könnte, seht ihr im folgenden. Zunächst einmal gab es ja gerade vor allem finanziell spannende Neuigkeiten um den VfB, aber ich denke, dass man jetzt trotz des 100 Millionen Euro Geldregens von Porsche nichts allzu utopisches auf dem Transfermarkt machen wird und ich habe die Vorschläge auch ehrlich gesagt schon davor erarbeitet, also bevor ich davon wusste und ich denke man fährt trotzdem gut damit erstmal nur kleine Brötchen zu backen und auch mal ein bisschen zu sparen, wie es ja auch für Schwaben üblich ist und nicht das ganze Geld einfach direkt auszugeben, wie es damals beispielsweise die Hertha gemacht hat, für einige Topstars mit hohem Gehalt und man sieht ja mittlerweile worin das Ganze geändert ist, also da sollte man jetzt nicht überreagieren und direkt das ganze Geld ausgeben für den sportlichen Erfolg, sondern sich halt eben nach und nach stetig verbessern. Dazu braucht man zuallererst einmal einen neuen Torwart, denn letzte Saison hatte man mit Florian Müller als auch Fabian Bredlo zwei Torhüter, die zeitweise die Nummer 1 waren, aber halt eben beide nicht überzeugt haben. Müller wurde jetzt eben wieder nach Freiburg verkauft und deshalb braucht man hier eben jemanden, der nachweislich gezeigt hat, dass er in der Bundesliga ein guter Torwart sein kann und auch wenn er das Ganze nur über eine Bundesliga-Saison in seiner Karriere zeigen konnte, und zwar die vergangene, ist das für mich Jannis Blaswig von RB Leipzig. Da gibt es für mich vor allem die sportliche Situation her, denn letzte Saison war er eben die Nummer 1 von Leipzig, weil Gulaschi eben sehr lange verletzt war, nahezu die komplette Saison. Der kehrt jetzt eben zur Vorbereitung zurück und ich denke mal, der wird wieder gesetzt sein als Torwart Nummer 1, ist ja auch Kapitän, soweit ich weiß. Und ansonsten hat Leipzig auch schon für den Sommer 2024 eine neue Nummer 1 verpflichtet mit Martin Van de Fort, den könnte man laut Eberl auch vorzeitig holen und daher, je nachdem wie es ausgeht, ist es im Endeffekt egal, gehe ich aber davon aus, dass Blaswig wieder ins zweite Glied zurückrücken würde und deshalb denke ich, dass ein Transfer durchaus interessant wäre, da er dann eben spielen könnte und nicht wie in Leipzig auf der Bank sitzen würde. Und jetzt meinen vielleicht einige wieder, ja Müller war ja auch gut bei einem besseren Verein, als er bei Freiburg gespielt hat und ist dann bei Stuttgart eingebrochen. Zu Blaswig muss man sagen, er ist ähnlich wie ein Müller oder auch ein Schwolo als anderes Beispiel für einen ähnlichen Fall wie Müller. Ein technisch gut ausgebildeter Torwart bei einem Klub, der vorne mitspielt und die Frage ist halt eben, ob er nicht einbricht im Abstiegskampf, weil da der Druck viel größer ist, wie wenn man jetzt vorne mitspielt. Aber anders wie Müller und Schwolo hat er auch meiner Ansicht nach die Ausstrahlung und nicht nur die Grundfähigkeiten für das Torhüterspiel, sondern nimmt die Fans auch mal mit mit vermeintlich schweren Paraden, die aber spektakulärer aussehen als sie sind und steigert so auch nochmal sein Selbstvertrauen, egal ob Abstiegskampf oder eben nicht. Er ist zwar schon 32 Jahre alt, aber bei einem Torhüter sollte das meiner Ansicht nach nicht die größte Rolle spielen, vor allem bei einem Kader wie Stuttgart, wo die Erfahrung schon auch ein bisschen gebraucht wird. Und mit Dennis Simon, der aktuell 17 Jahre alt ist, will man ja auch sein eigenes Torhüter-Talent langfristig aufbauen und ich glaube, ein 32-jähriger Torwart passt da eigentlich echt gut, um ihm nicht die Zukunft zu verbauen, aber dennoch eine stabile Nummer 1 im Hier und Jetzt zu haben. Wer auch viel Erfahrung für den Kader mitbringen würde und den ich so ein bisschen als Spieler für die Kaderbreite verpflichten würde, ist Koray Günther, der ja damals aus der BVB-Jugend kam. Dann ist er eben zu Galatasaray gewechselt in die Türkei, hat also auch schon europäische Erfahrung gesammelt und seit 2018 war er eben bei verschiedenen Vereinen in der Serie A und war da eben meist auch gesetzt. Also der ist durchaus Stammspieler in einer Top-Liga als Innenverteidiger. Diese Saison ist er eben abgestiegen mit Sampdoria, war dahin aber nur verliehen von Hellas Verona. Aber ich denke mal, wenn die den einfach so wegverleihen, obwohl sie ja selbst größte Abstiegsnöte hatten, dann haben sie vielleicht auch nicht mehr die größte Verwendung für ihn. Mit 28 ist er dennoch noch in einem guten Alter und so könnte der Deutsch-Türke den VfB in der Innenverteidigung verstärken, wo man ja bei einem möglichen Mafropanus-Abgang nur noch einen Rechtsfuß auf der Position hätte mit Anton, denn sowohl Zagadou als auch Ito sind Linksfüßer und daher wäre eine Verpflichtung für die Breite vor allem durchaus sinnvoll. Ich habe es gerade angesprochen, ich gehe für dieses Video mal von einem Mafropanus-Abgang aus, auch wenn es natürlich noch so ein bisschen offen ist, denn gerade mit den neuen finanziellen Möglichkeiten könnte man ihm ja auch einen besseren Vertrag anbieten. Aber mal schauen, hier gehe ich jetzt auf jeden Fall mal von einem Abgang aus und dann bräuchte man halt eben einen Ersatz, vor allem für seine so recht anspruchsvolle Rolle in dem System unter Hoeneß, denn da ist es ja so, dass gegen den Ball Mafropanus als rechter Innenverteidiger in einer Fünferkette agiert, aber im eigenen Ballbesitz spielt man halt eben mit einer Viererkette und da wird Mafropanus eben seit Hoeneß da ist, der Rechtsverteidiger im eigenen Ballbesitz und genau diese Rolle wäre ideal geeignet für Almami Touré, dessen Vertrag ja jetzt bei der Eintracht aus Frankfurt auslaufen wird. Er wäre dementsprechend eben ablösefrei zu haben und bei ihm habe ich mich ehrlicherweise oft gefragt, wenn ich ihn spielen sehen habe, ist er eher ein Rechtsverteidiger oder ein Innenverteidiger, was wäre das Beste für ihn und in dem System unter Hoeneß könnte er halt eben beides in einem Spiel spielen und würde da halt je nach Phase des Spiels hin und her wechseln und ich glaube, das würde perfekt zu ihm passen. Er hat zwar bei der Eintracht nicht mehr die allergrößte Rolle gespielt, lag vor allem auch an Verletzungen, denn er ist recht verletzungsanfällig, aber unter Glasner hatte er jetzt auch nicht den besten Stand, aber man muss sagen, er war in seinen besten Phasen eben auch ein entscheidender Bestandteil der Europa-League-Siegermannschaft von Frankfurt und ich denke, er hat auf jeden Fall das Niveau. Aktuell gibt es auch Gerüchte um einen Transfer zu Schalke, aber ich denke, sobald er Stuttgart im Vergleich zu Schalke anklopfen sollte, die ja eben einfach die Erstklassigkeit bieten können, dann könnte man ihn, denke ich, auch recht schnell davon überzeugen. Um Wujong Xiong von Freiburg gibt es ja auch aktuell in der Realität schon Gerüchte und ich denke, gerade mit der Geldspritze sollte da ein Transfer auch durchaus umsetzbar sein und das wäre meiner Meinung nach auch ein extrem guter Transfer für den VfB, denn Hoeneß als Trainer kennt zum einen Xiong aus seiner Zeit bei Bayern 2, da wurde er ja auch zusammen mit ihm Drittligameister, als sie ihn für die Rückrunde zurückgeliehen haben vom SC Freiburg und generell hatte Xiong da eine recht spannende Rolle und zwar war er der Zehner in dem System, kein Flügelspieler oder sonst was und da war er extrem stark und wichtig für die Meisterschaft. Oft war es so, er war zwar nominell Zehner, aber hat immer so ein bisschen die Flügel überladen, sei es jetzt rechts oder links gewesen und hat da dann halt immer den jeweiligen Flügelspieler unterstützt und generell ein extrem guter Spieler im Kombinationsspiel. Seine Entscheidungsfindung ist oft noch so ein bisschen ausbaufähig, vor allem sein Abschluss, er hat viele Großchancen liegen lassen in der Vergangenheit, aber ich glaube, wenn er das Vertrauen kriegt und auch mal wo richtig Stammspieler ist und jetzt nicht nur Joker, dann könnte sich das definitiv bessern, vor allem unter seinem alten Förderer Hoeneß und ich denke, er passt da auch extrem gut in das aktuell praktizierte System von Hoeneß, auch wenn es ein bisschen anders ist wie damals bei Bayern 2, so kann er durchaus recht gut eine der zwei offensiven Halbpositionen in dem Dreierkettensystem besetzen. Auch bei Borna Sosa gehe ich von einem Abgang aus, tatsächlich glaube ich sogar noch ein bisschen eher wie bei Mafropanus, aber falls er gehen sollte, muss man ihn natürlich ersetzen. Klar, man hat schon Mittelstädt verpflichtet, aber ich glaube, man bräuchte da durchaus noch eine andere Option. Weiß ich jetzt auch nicht, ob Mittelstädt die nötige Qualität hat, um Sosa zu ersetzen. Mein Kandidat hat es vielleicht ein bisschen mehr, dennoch ist natürlich Sosa ein extrem starker Linksverteidiger gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, und zwar wäre meine Option Gerardo Arteaga, und zwar kommt er mit einem Marktwert von 7 Millionen Euro, Borna Sosa tatsächlich sogar recht nah, und das Gute ist, man müsste diesen Marktwert eben gar nicht bezahlen, denn sein Vertrag läuft tatsächlich aus beim KRC Gang in Belgien, wo er eben 2020 hingewechselt ist aus seiner mexikanischen Heimat, und seitdem hat er sich eigentlich extrem gut etabliert als Linksverteidiger, hat seinen Marktwert stetig steigern können, und so ist er durchaus eine interessante Option. Spielerisch ist er defensiv eigentlich recht solide, ähnlich wie Sosa, und bietet halt offensiv auch recht viel an, gute Flanken vor allem, natürlich nicht genauso stark wie Sosa, aber das kann man da natürlich auch nicht erwarten, zudem spielt er bei Genk halt eben meist in der Viererkette, aber wenn er eben in der Fünferkette spielen würde, und ein bisschen mehr Offensivqualitäten zeigen dürfte, glaube ich, dass das Ganze ihm gut tun würde, denn er hat durchaus die Qualitäten dafür, und ich würde es auf jeden Fall sehr gerne sehen, deshalb meine Empfehlung für den VfB, ist mit 24 Jahren auch in einem extrem guten Alter. Mit Koulibaly, aber vor allem auch Diago Tomas, den man nicht fest verpflichten wird, verliert der VfB halt so ein bisschen an Tempo offensiv gesehen, und auch so einen gewissen Spielertyp, denn gerade so ein Inside-Forward, wie man auf Englisch so schön sagt, und wie es eben Tomas für den VfB war, fehlt dann halt eben vor allem in der Systematik, wie es Hoeneß spielen lässt, und ich denke, daher sollte man nach einem ähnlichen Spielertyp Ausschau halten, mit Tosin von Zürich hat man da aktuell sogar schon einen im Auge, ich habe aber ehrlich gesagt sogar noch einen anderen Kandidat, den ich durchaus bevorzugen würde, zwar wäre Marius Bülter durchaus teurer, vor allem was das Gehalt betrifft, aber ich sehe auf jeden Fall, wie er spielerisch gut reinpassen würde, man hätte nochmal eine Kopfballsteigekomponente vorne drin, neben Girasie, aber auch ansonsten jemand, der mal mit Tempo gute Tiefenläufe macht, und genau das Profil füllt er halt eben extrem gut aus, ist zwar schon 30, aber wie gesagt, der VfB braucht auch mal so ein bisschen Erfahrung, nicht nur junge Talente, und da könnte er durchaus helfen, andererseits muss man sagen, er ist nahezu einig mit der TSG Hoffenheim, und da ist es halt so, dass die ihm viel mehr Gehalt bieten werden, das muss man ganz klar so sagen, aber, wenn wir jetzt mal schauen, was der VfB eben an neuem Geld bekommen hat, so könnte man ein ähnlich gutes Angebot unterbreiten, wie Hoffenheim, sagen wir jetzt mal einfach so ein bisschen drunter, und ich glaube, dann könnte man ihn davon überzeugen, denn Bülter will halt zum Ende seiner Karriere nochmal richtig Geld verdienen, bei Hoffenheim könnte er das, aber halt eben ohne die Fankultur, sagen wir jetzt mal, der VfB bietet da was ähnliches, aber ein bisschen drunter, aber dafür halt eben die Fans im Rücken, wenn er eben spielt, dann denke ich, dass er auch durchaus gewillt wäre, zum VfB zu wechseln, denn die sportliche Perspektive ist halt ehrlich gesagt auch so ziemlich die gleiche, und daher könnte man da auf jeden Fall mal einen Versuch starten. Neben Xiong habe ich noch einen weiteren Spieler genommen, zu dem es tatsächlich schon Gerüchte gibt, der aber dennoch wirklich auch gut reinpassen würde, und zwar ist das Angelo Stiller von der eben angesprochenen TSG Hoffenheim. Da ist es eben genauso wie bei Xiong ehrlich gesagt, dass Hoeneß ihn schon trainiert hat, ebenfalls bei Bayern 2, und ich glaube dann war es auch so, dass Hoeneß ihn zu Hoffenheim geholt hat, nun könnte er ihn eben auch zu Stuttgart holen, und das Ganze würde halt ehrlich gesagt auch gut passen, denn auf der Doppelsex hat man aktuell Endo und Karasor, wobei ich da Karasor gut finde, vor allem gegen den Ball, aber mit dem Ball ist er jetzt nicht der allerstärkste, und man hat da jetzt auch keine allzu spielstarken Alternativen, und ich glaube da würde Stiller gut reinpassen, ist sie auch noch jung und entwicklungsfähig, spielt aktuell in einer etwas höheren Rolle bei der U21, ein gutes Turnier, auch wenn der Rest des Teams enttäuscht, bisher sind nur zwei Spiele gespielt, als ich das aufnehme, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich das dritte Spiel gegen England schon vorbei, aber in den ersten beiden Spielen hat er die Mannschaft quasi allein getragen, ist ein extrem guter Kreativspieler im letzten Drittel, wenn er etwas höher eingesetzt wird, aber ist halt eben auch sehr flexibel, man kann ihn auch durchaus als Sechser spielen, und da ist er zum einen eben auch sehr spielstark, gut für das Aufbauspiel, aber zum anderen ist er halt dennoch auch stark gegen den Ball, hat gute Defensivwerte, und ich glaube unter Hoeneß könnte er aufblühen, ist ja bei Hoffenheim eh so ein bisschen außen vor, vor allem hat man da jetzt Krilic zurückgeholt, und daher weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich hundertprozentig mit ihm planen, ich denke mal vor allem nicht als Stammspieler, und ich glaube über kurz oder lang könnte er das bei Stuttgart werden, vor allem wenn man sich, wie am Anfang angesprochen, weiter in der Bundesliga etablieren will, dann ist auch so ein bisschen eine spielerische Weiterentwicklung nötig, und da wäre Stiller definitiv ein guter Fit. Das soweit meine sieben Transferoptionen für den VfB Stuttgart, um eine sorgenfreie Saison spielen zu können. Eigentlich wollte ich nur fünf Transfers machen, aber dann hat es mich doch so ein bisschen gepackt, und ich habe ein bisschen mehr gefunden. Ich denke alle sind eigentlich machbar, und wären auch ohne die Geldspritze von Porsche möglich gewesen, außer jetzt vielleicht Bülter aufgrund des Gehalts, und des Angebots, das er schon von Hoffenheim hat, aber ansonsten denke ich, dass es auf jeden Fall passende Transfers wären. Aber was sagt ihr zu meinen Vorschlägen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge für den VfB. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.